Servus Leute und herzlich willkommen zu der neuen Runde von Let's Play Crisis Remastered. Ja, wir sind mittlerweile mitten im Kampf gegen die koreanische Armee, gegen die nordkoreanische. Und nicht mehr nur das Rybda-Team ist mittlerweile auf den Dingshan-Inseln, sondern auch die Marines. Und wir sollen den Himmel freimachen. Für unsere Kampfflugzeuge haben wir in der letzten Folge schon ein paar von den Flugabwehrgeschützen zerstört. Und jetzt geht's hier an den Kreuzer. Ein KVA-Kreuzer am Hafen stört unsere GPS-Systeme, finden und deaktivieren sie den Störsender. Das ist unser derzeitiges Ziel. Und das ist der Kreuzer, der hier direkt vor uns liegt. Na, ich bin mal gespannt, ob das funktionieren wird so einfach. So, ich glaub, da kommt jetzt das Auto gleich wieder. Ja, 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 ja. So, das sollten wir aber easy lösen. Na, komm. So, kaputt ist es zumindest. Wollt's funktioniert? Es hat funktioniert. So, mal gucken, ob das funktioniert. Das sind 50 Meter, ich weiß nicht, ob die da trifft. Äh, nicht so ganz. Was machen die denn hier? Na, das war ja ein bisschen peinlich jetzt, oder? Stehen direkt neben mir und checken nicht, wo ich bin. So, das sollten die zwei gewesen sein. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Es ist natürlich noch nichts gewonnen hier. Wir haben gerade mal die Flugabwehrgeschütze zerstört. Aber der Kreuzer steht uns immer noch ein bisschen im Weg rum. Und wir wissen ja ganz genau, sobald wir uns jetzt da runterbegeben, taucht gleich mal wieder ein Heli auf. Und den brauchen wir definitiv nicht. Okay, und anscheinend ist das nicht nur ein Heli, sondern auch das hier. Okay, Feinde sind zum Glück keine mehr da. Na, dann holen wir uns den mal. Das Schmuckstück hier. Ich hab wieder der Kontrollpunkt. Ich hab mich am Hafen umgesehen. Der Kreuzer da unten knistert vor lauter Technik. Vermutlich stört er unser GPS. Wenn du ihn erledigst, haben unsere Bomber freie Bahn. Uiuiui. Na, fliegt das nicht in die Luft? Oh ja. Ja, war es das jetzt endlich mal? Wo ist er? Na, hier nicht. Blüder. Ai, 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 ai. Das ist wirklich, wirklich krass, Freunde. Und diesmal machen wir alles richtig. In der Panzerung holen wir uns den Typen. Das war eigentlich nicht so der Plan, aber auch okay. Das wollte ich eigentlich tun. Hä, wo ist denn der da oben? Nee. Warte mal, irgendwo da drüben muss noch einer sein. Ah. Was macht er denn da drin? Da kommt er wohl nicht so schnell raus. Die Bomber warten auf dich. Schalt diesen Sender ab. Ja, 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 ja. Immer mit der Ruhe. Guck mal, was wir hier theoretisch machen könnten. Probieren wir es mal, ob das funktioniert. Nee, nicht so ganz. Ich dachte, da können wir ganz schön viel in die Luft sprengen. Haut leider nicht so hin. So, war es das? Ich glaube, das war es. Mehr oder weniger. Immer noch nicht alle. Das ist ja unglaublich. Wie viele stehen denn von denen hier? Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir auf das Boot rauf? Mit der maximalen Panzerung. Hier rauf springen. Ja, das scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Okay, und ich würde sagen, hier auf dem Bötchen sollten wir vielleicht eher mal mit der Schrotflinte rumspielen, denn das ist hier ein ziemlich enges Gebilde. Wenn da überhaupt irgendjemand ist. Aber ein paar sind ja wohl noch hier. Wir sind doch nicht ganz alleine unterwegs. Raketen mehr vom Muni voll. Hallo. Ah, ach, das war ja der von vorher. Hoppla. Na, stimmt ja. Na, der liegt auch hier fröhlich in der Gegend rum. So. Ich habe keine Ahnung, woher wir den Funk da gerade im Hintergrund hören. Sind wir hier überhaupt richtig? Sabotieren sie den Störsender, aber der muss ja irgendwo da hinten rumstehen. Ah, vielleicht müssen wir hier rein. Das wird es wohl eher sein. Okay, okay, okay. Ja. Da sind wir richtig. Hier müssen wir hin. So. Na, dann probieren wir das Ganze mal. Luftangriff verfügbar. Ziel mit dem Fernglas erfassen. Ich glaube aber, da sollten wir vielleicht nicht unbedingt direkt daneben stehen, denn sonst wird das schlecht für uns enden. Und dann schauen wir mal. Hier müssen wir hin. Maus 1, Ziel markieren? Snakebite 1, hier ist Echo Niner. Ziel bestätigt. Wir kommen jetzt rein. Roger Echo Niner, Ziel bestätigt. Angriff. Und da vorne wird der Kreuzer versenkt. Verdammt gute Arbeit, Nommert. Wir schicken Schwedelsinkreitstarter mit Puzzle. Während sie die Luftunterstützung der KVA hat, bis wir da sind. Over. Und damit hätten wir gleich mal die nächste Mission erfüllt und den Kreuzer versenkt. Wir spielen hier Schiffe versenken. Und zwar nicht auf einem Spielfeld, sondern im realen, naja, gut, im realen Leben. In unserem Leben. So. Ja, zeigen Sie denen, wie es läuft, Nomad. Unsere Panzer rücken jetzt in den Hafen vor. Stoßen Sie am Eisenbahntunnel zu Ihnen. Over. Okay, ich glaube nicht, dass wir da drin noch Munition für die Waffe kriegen können, aber egal. Irgendwo taucht schon bestimmt noch was auf. Wo müssen wir hin? In den Eisenbahntunnel. Stoßen Sie am Eisenbahntunnel zu Major Strickland. Major Stricklands Panzerkolonne wird mit Senkrechtstartern eingeflogen. Gehen Sie zum Eisenbahntunnel. Dort wollen wir hin. Türchen machen wir bitte schön auf. Und da sind sie auch schon. Unsere Senkrechtstarter. Sie kommen in Kolonnen. Und die Panzer hängen unten dran. Hoppla. Okay, die killen sich gar nicht gegenseitig. Eieieiei, wie schön das hier aussieht. Guckt mal einer an. Nette Sache auf jeden Fall. Denn jetzt können wir uns wehren. Schöne Panzer und anscheinend auch ein paar verschiedene Modelle. Denn man sieht, die sehen immer ein bisschen anders aus. Da Siebit Bauder sein, der Hauptpanzer ist da vorne. Oder vielleicht ist auch das der Hauptpanzer. Da nämlich ein bisschen ein anderes Ohr sehe ich hier gerade. Natürlich angelehnt würde ich jetzt mal behaupten an den M1 Abrams. An den amerikanischen Kampfpanzer. Aber wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen Modellen. Ich kenne mich jetzt nicht unbedingt gut aus mit den Panzern. Aber es sieht mir auf jeden Fall aus wie ein amerikanischer Kampfpanzer. Zumindest mal kommt es in die Richtung eines amerikanischen Kampfpanzers. Und da hinten ziehen unsere Maschinen wieder ab. Und wir können rein starten in den nächsten Panzerschlag. Und da, der Hafen gehört uns. Wir stoßen jetzt zum Tal vor. Schnappen Sie sich einen unserer Panzer und folgen Sie dem Konvoi durch den Tunnel. Sie können noch einen Panzer bedienen, oder? Ja, Sir. Psycho. J-Sog hat einen Job für Sie. Stoßen Sie zur Alpha Company. Lieutenant Cooper erwartet Sie. Kein Problem, Boss. Hey, pass auf dich auf, Nomad. Wenn das hier vorbei ist, gebe ich ein Bier aus. Mike, schieß auf die Tunneleinfahrt und putz den Waggon weg. Okay, mein lieber Freund, Major Strickland. Mit unserem Kommandanten führen wir hier jetzt die Panzerschlacht durch. Guter Schuss. Jetzt aber ab ins Tal. Versuchen wir, General Keogden, den Hintern. Und ich bin schon mal gespannt, wie das hier vonstatten gehen wird. Der Ansturm. Die nächste Mission wartet auf uns. Und jetzt geht's ins direkte Gefecht. Team Eiderhau. Team Eiderhau. Ihr Zentrale. Wir stoßen jetzt durch das Tal zur Mine vor. Ich wiederhole. Unser Ziel ist die Mine. Rechnen Sie mit heftigem Widerstand durch KVA-Panzer. Herr Comand, hier ist Strickland. Was ist mit der Luftunterstützung? Over. Keine Chance. Der Luftraum ist nicht sicher. Unsere Jets bombardieren strategische Ziele auf der anderen Seite der Insel. Bis so weit aus müssen sie ohne Luftunterstützung auskommen. Verstanden. Dann muss es eben auf die harte Tour gehen. Alle Einheiten hier, Major Strickland. Luftunterstützung fällt aus. Und jetzt zu Premierziel einfach vor. Traumat. Okay, okay, okay. Hier aus der Verfeinigungslinie ist eine Blockade am Bahnhof. Na, gucken wir mal. Wo sind wir denn? Da unten ist der Bahnhof. General Kjong hält die Geiseln in der Mine fest. Unterstützen Sie die US-Truppen bei Ihrem Vorstößen das Tal. Stoßen Sie zum Bahnhof vor. Unterstützen Sie die Panzerkolonne bei Ihrem Vorstoss zum Bahnhof. Und wir sind jetzt in einem dieser Panzer vom Team Eiderhau. Können entweder mit dem hier schießen oder mit dem koaxialen MG. Oder, ja, mit dem koaxialen MG. Da haben wir es. Das ist das hier. Oder wir schießen einfach hier. Und man sieht schon, was wir da mit anrichten können. Holla, die Waldfee. Das wird spannend werden. Na gut. Ich weiß nicht, ob die anderen mitkommen. Ich glaube, eher die bleiben da. Der andere Panzer steht da drüben. Ja, und ich glaube, da unten haben wir schon mal den ersten Feindlichen, so wie es aussieht. Ja, ich bin ja vielleicht einzufahren, weil keine Ecke sind. Zwei stehen unter schwerem Beschuss. Die rasten uns den Arsch aus. Ja, Panzerknacker. Das ist einer von uns. Man sieht es hier mit dem X markiert. Wir können auf den nicht draufschießen. Der gehört zu uns. Und mit der modernen Technik ist es anscheinend gut möglich, Feind und Freund auseinanderzuhalten. So, wieder einer weniger. 25 Schaden haben wir schon genommen. Das ist ein bisschen viel. Kommt der mit uns? Nee, der bleibt dort. Schön, schön, schön. Eine richtige Panzerschlacht haben wir hier. Und wir sollten aber schauen, dass wir ein bisschen langsamer vorrücken. Nomad, wir sind am Bahnübergang nach heftigem Widerstand gestoßen. Können Sie die Sache regeln? Ich habe alles im Griff, Major. Weil wir natürlich sonst unseren Panzer verlieren. Wir haben gerade mal 25% Schaden. Das ist noch nicht wirklich viel, aber wenn wir hier nicht aufpassen... Dann haben wir vielleicht von mir oder später ein Problem. Eieiei, es schützt sich Schaden. Okay, die treffen uns nicht. Panzerknacker, zerstören Sie 5 feindliche Panzer? Hätten wir es somit erledigt. So, ich hoffe, das sollte der gewesen sein. Immerhin haben wir einen Kontrollpunkt. Moment, der Vakuum markiert unseren Vormarsch in das Tal. Zerstören Sie ihn, aber passen Sie auf. Könnte ein Munitionslager sein. Aber okay, zerstören Sie den Güterwaggon. Der ist direkt daneben. Das heißt, der Güterwaggon blockiert unseren Vormarsch ins Tal. Oh, wer kommt denn da auf uns zu? Zerstören Sie ihn, damit die Panzerwohner der Vorrückung kann. Wo sind denn die anderen? Die sind immer noch ganz hinten. Wir können erst weiter vorstoßen, wenn der Bahnhof gesichert ist. Kümmern Sie sich darum, Nomad. Eieieieiei, 53 Schaden. Eieieiei, 53 Schaden. Okay, das ist der. Wir haben 75% Schaden. Viel geht nicht mehr. Dann sind wir aus dem Gefecht. Wir müssen definitiv hier mal den Gang zurückschalten. An alle Einheiten zum Bahnübergang vorrücken. Nomad, stoßen Sie zu diesem Bahnhof vor. Wir geben in Deckung. Wir geben in Deckung. Eieieiei, wenn das nur so einfach wäre, sind das unsere Leute? Ja. Nomad, unsere Panzer können nicht weiter, solange die Bahnhof die Bedrohung durch die Kampung haben steht. So, ich versuche mal alles irgendwie über den Haufen zu schießen. Und das scheint zumindest mal halbwegs gut zu funktionieren, aber leider Gottes verlieren wir auch die Wille unserer Leute. Zentrale Airwatcher 16 sind im Anflug. Abruf über Sektor 2 in Ober. Kommen Sie, ein Sechrechtenstarter voller Marines ist unterwegs. Halten Sie durch! Ladung abgesetzt. Ich wiederhole, Ladung abgesetzt. Und wir haben es hier definitiv alles andere als leicht. Und hier sind nicht nur Panzer unterwegs, sondern auch Fußsoldaten? Boi, ei, 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 ei. Hier ist Vulture 16, sind in der Luft. Ich kreise über dem Gebiet und leiste Unterstützung. Bahnhof gesichert, meine Damen. Gute Arbeit, meine Herren! So, sichere den Bahnhof. Das soll's mal gewesen sein. Wir haben 88% Schaden. Ich hab nur noch 15%, 12%. Okay, und die haben sich noch keinen Meter bewegt da oben. Ei, 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 stoßen sie zum Panzerdepot der KVA vor. Na, das kann erspannend werden. 88% Schaden. Und theoretisch kann hier überall die nächste feindliche Panzerkolle auf uns zurollen. Faceline Alpha. Was zum Teufel war das? Doch, das war heftig. Hier löst sich gleich alles in Wohlgefallen auf. Ei, 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 ei. Erzugen. Wir nähern uns einer Verteidigungslinie der KVA. Wir fahren einfach mit dem Kopf durch die Wand. Und guck dir das mal an. Der Berg teilt sich da oben in zwei. Die KVA hat in der Nähe des Dorfs ein Munitionslager. Wenn wir es zerstören, schneiden wir ihnen den Nachschub ab. Verstehen. Ei, 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 ei. Und ich glaube mittlerweile, es wird hier nicht mal mehr ein Kampf werden zwischen der KVA und den Amerikanern. Sondern es wird ein Kampf werden zwischen den Amerikanern, der KVA und den Aliens. Denn ich habe das Gefühl, die wollen sich einmischen in den Kampf. Okay, da vorne kommen wieder Raketen auf uns zu. So, dann bleib mal lieber am Boden, mein Freund. Ich traue mich hier gar nicht vorzurücken, weil die hier definitiv arg sind. Wie überall jemand sein könnte. Und da haben wir zum Beispiel unseren Ersten. Da ist schon wieder der Berg da oben. Oder was passiert hier? Aufsiehen! So, sind das jetzt endlich unsere Freunde hier oder wie sieht das aus? Ja, das sind endlich mal unsere Freunde. Gott sei Dank. Wir sind also nicht mehr mutterseelen alleine hier unterwegs. Wie schaut es mit dem aus? Auch das ist jemand von uns. Endlich sind die also vorgerückt. Oh je, oh je, oh je. Immer noch 88% Schaden. Wir überleben das Ganze noch. Nur wir müssen definitiv aufpassen. Ah, das sind unsere Leute. Ach so, ich schieße gar nicht meine eigenen Leute. Gut, dass wir die nicht killen können. Okay, wir werden mal langsam vorrücken. Und wie gesagt, hier kann überall jemand sein. Und mit 12% Leben brauchen wir uns jetzt nicht mehr in irgendwelche Abenteuer stürzen. Wir wissen, wie schnell das hier für uns enden kann. Warum schubs mich denn der jetzt von hinten an? Was macht denn der? Na, dann fahr halt vor, wenn du willst. Wohnt wahrscheinlich eh nicht weiter. Dann fahre ich mal durch die Bananenplantage. Und wie soll es recht sein? So, da ist der Kili. Zerstören Sie Flugabwehrgeschütze. Im Tal stehen mehrere Flugabwehrgeschütze. Wir bekommen erst Luftunterstützung, wenn wir sie neutralisiert haben. Robert, wir müssen die Flugabwehr ausschalten, bevor wir Luftunterstützung anfordern. Alles klar. Hallo, hier unten was langsam heiss. Los doch, Marines. Ihr wisst, was zu tun ist. So, aber das war es noch nicht. Da kommt noch was. Das war es noch lange nicht. Ich habe keinen Plan, wo der gerade hinschießt. Aber anscheinend ist da unten irgendwo noch ein Panzer aktiv. Oh je. Wie lange war das, dass ich es schon ausgehalten habe? Mit 88 Prozent. Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Okay, da sind Panzersperren. Achtung, Achtung. Oh man, unsere Vögel haben keine Chance, wenn sie diese Artilleriegeschütze nicht zerstören. So, wo sind die? Ich habe sie schon gesehen. Sobald ein rotes Licht leuchtet, sollten wir uns in Sicherheit begeben. Denn das sind nämlich die Panzerabwehrschützen mit dem Raketenwerfer in der Hand mit der Javelin. Oder so eine Art Javelin. Nur was die bei unserem Panzer anrichten kann, wir haben es gesehen. Und ich glaube, wenn wir noch einmal getroffen werden, sind wir weg. So, wir kommen da eh nicht durch. Das sind die Abwehrsperren. Wir können vielleicht irgendwie durch oben fahren. Vielleicht haut das hin. Aber das ist ja auf jeden Fall ein krasser, krasser Ausflug hier mit dem Panzer. Wie viele haben wir denn von denen insgesamt? Drei Stück. Eine Flugabwehr hätten wir, die anderen zwei kommen noch. Aber wie gesagt, es kann hier jeden Moment zu spät sein. Und wir wissen nie genau, wo nicht gleich der nächste Soldat um die Ecke schneit. Wo sind denn unsere anderen Freunde? Irgendwo da hinten? Und lassen wir uns mal wieder alleine hier. Na, Glückwunsch. So, das wären die zwei gewesen. Oh je. Oh je. Na, komm. Dauert natürlich ewig hier das Geschütz auszurichten. Aber das ist ganz klar. Ich wollte gerade sagen, da steht ja noch einer. Und die große Frage ist jetzt natürlich, wie kommen wir denn da rüber? Aber, weil auch hier ist ein Graben ausgehoben worden, dass man hier nicht durchkommt. Na, super toll. Das heißt, wir müssen querfeld einfahren. Und sind anscheinend hier ein bisschen aufgeschmissen. Die Luftunterstützung steht bereit, Moment. Zerstören Sie das letzte Geschütz und unsere Maschinen können starten. Na, ich werde es mal sieben. Ich werde mein Bestes geben. Oh je, dass das aber funktioniert, wundert mich gerade. Einfach mal hier an der Küste drum herum fahren. Also, dass das funktioniert, hätte ich mir tatsächlich nicht vorgestellt. Achtung, da drüben ist einer. Das ist natürlich nur ein stinknormaler Soldat, aber auch der kann was ausrichten. Immer noch 88% Schaden, 12% Leben. Das ist definitiv alles andere als viel. Okay, und das andere Ding ist da drüben. Das heißt, wir sollten uns vielleicht erst mal die Flugabwehr holen, bevor wir uns das Dippo holen. Damit wir das sekundäre Ziel zumindest erreichen. Oh je, 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 na toll. Und hier ist definitiv kein Vorankommen mehr. Da können wir uns aber gratulieren. Das war's. Wir können's vielleicht versuchen, ich hab keine Ahnung, wo uns dieser Weg hier hinführt, aber wir können's vielleicht versuchen, dem so möglicherweise entgegenzukommen. Wenn wir hier durch den Wald fahren. Aber ansonsten gibt's hier keinen Durchkommen. Oh je, und da sind's muss auch noch. Oh je, ich muss noch mal. Der Sink nur stinkt normal, der Feinde. Ne, ich glaube, wir müssen uns von unserem Panzer ja bald verabschieden. Das wird heute nicht mehr lange gut gehen. Ich versuch's mal durch den Fluss. Das ist zumindest kein reißender Fluss, der... ...hundert Meter tief ist. Wir müssen halt nur irgendwie hier durchkommen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, das wird's dann wohl gewesen sein. Darauf kommen wir nämlich nicht. Das war's. Der brennt eh schon lichterloh, also viele hätten wir mit dem eh nicht mehr ausrichten können. Aber ich glaube, das war's. Mehr geht hier nicht. Immerhin, das funktioniert noch. Ich werd's versuchen, mein Freund. Ich werd's definitiv versuchen. So, sind das jetzt unsere Leute? Ich weiß es gar nicht. Das sind definitiv nicht unsere Leute. So, aber das Gute ist, sie sind diesmal alle mit nem Raketenwerfer ausgestattet. Und da haben wir's nochmal. Hier kann jeder zum Feind werden. Und zwar... ...auch der, der normalerweise nur mit ner Maschinenpistole rumläuft. Wenn sich der nämlich nen Raketenwerfer schnappt... ...dann ist der Panzer auch gleich im Arsch. Und viele von denen haben nen Raketenwerfer, leider Gottes. So, gucken wir mal. Da unten ist das zweite Ziel, die Flugabwehr. Zerstören sie die Geschütze? Das machen wir natürlich auch. Oh, das ist unsere. Hoppla. So, und wir haben so nen super Anzug dabei, dass wir unsere Leute von den anderen... ...unterscheiden können und die Schüsse automatisch geblockt werden. Interessante Technik, interessante Technik. Der geile Nanosuit, ich glaub, ohne den will ich gar nicht mehr kämpfen. So, und dann holen wir uns nochmal. Zu guter Letzt würde ich sagen, irgendwo da hinten... ...das letzte Flugabwehrgeschütz. Das letzte, das noch übrig bleibt. Okay, wir sind hier definitiv nicht allein. Aber ich hätte mich auch gewundert, wenn schon. So, und ich glaub, das soll's gewesen sein. Einer lebt noch. Na gut, und dann holen wir uns das letzte von diesen Geschützen hier. Ich hoff, das haut so hin. Und das tut's auf jeden Fall. Oh, eh. So, wir nehmen mal Raketenvergleich mal mit. Ich glaub... Ah, das ist ja unseres. Okay, ich dachte schon, da kommt jetzt wieder ein Heli. Gegen einen Feindlicher. Alles gut, alles gut, alles gut. Und tatsächlich hat fast jeder so einen Raketenwerfer dabei. Machen wir. Machen wir, machen wir, machen wir. Ein Gausgewehr sollen wir uns holen. Okay, finden und zerstören sie die Flugabwehr, um unseren Bombern Angriff auf das Munitionslager der KVA zu ermöglichen. Das ist ja mittlerweile eigentlich geschehen. Zerstören sie die Flugabwehrgeschütze. Sollten wir auch erledigt haben. Sichern sie das Gausgewehr. Diese effektive Waffe ist Teil eines Munitionsabwurfs. Ist ja keiner mehr hier. Was soll man denn da sichern? Zwei Piloten haben wir hier drin? Aber es ist ja kein Mensch mehr da. Ah, das ist das Gausgewehr. Gaus Munition mitnehmen. Nette Sache. Ich tausche vielleicht mal die Pistole gegen das hier. Das sieht nämlich cool aus. Keine Fragen. Wir erledigen acht Sekunden erziehen. Und anscheinend ist irgendwo immer noch ein Flugabwehrgeschütz. Wo auch immer. Rücken sie zur Mine vor. Sieht ein bisschen aus wie eine Kuh. Unsere Geräte hier. Mit dem Gausgewehr. Wie schießt man denn mit dem? Was ist denn das hier schönes? Ein Plasma-Strahl oder wie? Laser-Visier und Sturm-Visier. Gehen wir mal drauf, damit wir auch was sehen können. Schöne Sache, Freunde. Na, Hallöchen. Ich glaube, da werden sich manche freuen. Wenn die da auf uns zukommen. So, da hinten ist die Mine. Ah. Also, unser. Hoppla. Wer ist jetzt da hinten angekommen? Ist eine andere Frage. Ich glaube, da müssen wir nämlich ein bisschen näher dran, damit es auch einen guten Schaden macht. Hörnfeld aktiviert. Hm. Na, so ein geiles Teil ist das nicht unbedingt. Aber vielleicht ist das auch eher besser geeignet, um einen Kampfpanzer oder sowas zu erledigen. Oh, da liegt eine Mine rum. Da liegen ganz schön viele Mine rum. Alter Falter. Oh, wir müssen aufpassen. Da liegen überall Mine rum. Vorsicht, 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 Freunde. So, die haben alle nur dieses Gewehr dabei. Hat denn niemand Maschinenpistolen-Munition? Ne, sieht schlecht aus für uns. Alle nur die FY-71. Na gut, auch okay. Wir sollen zur Mine vorrücken. Warum ist ja eigentlich diese Sekundärmission noch offen? Moment, hier ist ein mächtiger Riss im Boden. Fordern Sie im Hafen Räumfahrzeuge ein, sonst kommen Sie hier nicht weiter. Verstanden, Nomad. Sie sind bis auf weiteres auf sich gestellt. Verstanden. Na, super toll. Alleingang. Wir sind auf uns Alleingestells. Wahrscheinlich durch das Erdbeben von gerade eben. Ist dieser Riss hier entstanden. Ui, 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 ui. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Oh je, Mini. Wo zum Teufel sind wir hier? Mit nem Panzer kommst du da auf jeden Fall nicht drüber. Da müssen wir erstmal ne Brücke oder sowas legen. Aber wir haben zumindest die Mission erledigen können. Und die nächste Mission beginnt zugleich, nämlich das Erwachen. Und ich glaube, jetzt geht's dann ans Eingemachte. Wir haben die Panzer auf der Insel, wir haben ne Flugabwehr auf der Insel, wir haben Flugzeuge auf der Insel, wir haben Bombe auf der Insel. Jetzt geht's ans Eingemachte. Nomad, hören Sie mich! Ich kann Ihnen die versprochene Luftunterstützung erst schicken, wenn wir eine Landezone gesichert haben. Wir haben in der Nähe der Raffinerie ein geeignetes Gebiet identifiziert. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten. Sichern Sie die Landezone und wir schicken die Cover. Es gibt immer noch nichts Neues über General Kirks exakte Position. Ich schicke Ihnen jetzt die Koordinaten eines Bürogebäudes innerhalb des Lagers der KVA. Suchen Sie im Gebäude Informationen. Finden Sie raus, wo Sie die Geiseln festhalten. Na, nichts leichter als das. Sichern Sie Geheimdienstdaten aus dem Büro. Aktiviert unsere nächste Mission. Finden und befreien Sie die Geiseln. Es geht um die Tochter von Herrn Rosendahl und Sorm Helena. Und ein Kollege werden in einem Minenkomplex in den Bergen festgehalten. Finden und evakuieren Sie die letzten beiden Geiseln. Das ist unser Primärziel. Und dann haben wir natürlich noch ein sekundäres Ziel. Und zwar die Geheimdienstdaten uns aus dem Büro schnappen. Und das werden wir natürlich auch gleich mal in Angriff nehmen. Wir sind auf einer neuen Karte. Wir sind in einer neuen Mission. Und ich habe das Gefühl, da oben ist nicht nur ein Erdbeben. Da oben setzt sich gerade irgendetwas Außerirdisches frei. Wir wissen, hier wurden Relikte gefunden, die seit Jahrmillionen auf der Erde sind. Und so wie das da oben aussieht, denke ich, da will ein Raumschiff wieder wegfliegen. Ich glaube, da ist ein Raumschiff möglicherweise vor Jahrmillionen mal hier auf der Erde gelandet. Und dann, durch dicke Zeiten, hat sich irgendwann mal Gestein drumherum gebildet. Wie auch immer das passiert sein mag. Auf jeden Fall will das Raumschiff anscheinend jetzt wieder weg. Oder an den Kampfhandlungen teilnehmen. Das ist die Frage. Denn man sieht, das Gestein bröckelt. Und irgendetwas wird da oben freigesetzt. Was? Werden wir vielleicht rausfinden in der nächsten Folge. Ich sage auf jeden Fall schon mal danke dir fürs Zusehen von dieser Runde her bei Let's Play Crisis Remastered. Und wir sehen uns dann morgen wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.